Schreibt mal bitte in den Chat, welchen Trapper ihr sehen wollt. Oh, sauber! Hamburg für 2.0, Freunde. Da geht mir schon ein bisschen einer bei ab. Yay! Ihr wollt, äh, äh, ihr wisst schon, dass Bucket kein Trapper ist, Leute, ne? Jack, Maggie, Jack, Ape, Ape. Kartoffelgrater mit Bohnengemüse. Om nom nom nom. Hört sich nice an. Okay, die meisten Leute sagen Jack. Dann werden wir heute mal eine Runde als Jack drehen. Grants, darf ich Grancy Dancy nennen? Was? Grants, darf ich Grancy Dancy nennen? Du willst mich Dancy nennen? Hä? Raff ich nicht. Äh, okay, die meisten Leute sagen, äh, Jack. Dann spielen wir jetzt Jack. Jack in the house. So, Maggie haben wir nicht Elite. Griffin haben wir Elite. Ape haben wir Elite. Crow haben wir auch noch nicht Elite. Da fehlt noch das Stasisgewehr. Und Jack habe ich sowieso noch nicht Elite. Äh, den Siegerskin. Ja, ist der einzige, den ich habe. Der gute Jack soll's sein. Äh, was macht der nochmal? Kapazitätserhöhung? Ne, Nachladegeschwindigkeit wegen dem Radar. Okay. Bucket, bester Trapper. Interessante Kombi. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, oder? Oh, Goliath wieder. Aber ein Elite-Goliath. Das ist so lustig. Meine Tastatur ändert immer ihre Farbe, je nachdem, was ich spiele. Wenn ich Medic bin, ist sie die ganze Zeit blau. Und jetzt, wo ich Trapper bin, ist sie die ganze Zeit grün. Beim Assault wäre sie rot. Und beim Support wahrscheinlich gelb-orange, ne? Ja. Echt cool. Ob ich dich Grancy Dancy nennen darf? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwie so abgedanced oder so, als ich voll war? Keine Ahnung. Ah, Gitlam. Was ist das für ein Name? Krass, okay. Das mit Bucket, weil es wir noch nicht wussten, dass du Trapper nimmst. Ah, echt so einen krassen Delay haben wir heute wieder. Das ist ja uncool. In the Navy. In the Navy. In the Navy. Oh. Der ist hier irgendwo. Nicht auf die Pflanze treten, auch wenn's verlassen ist. Sorry, ich muss mich töten. Achso. Er will wahrscheinlich hinten in die Höhlen-Systeme. Wow, guckt euch mal an, wie schnell wir das Ding jetzt wieder haben. Albino, cool. Den killen wir. Oh, komm mal. Nein. Komm schon, Grants. Boah, der ist echt weit weggekommen wieder. Da vorne war er. Da vorne war er. Ich hab ihn noch gesehen. Ich hab ihn noch gesehen. Okay, er will sich evolven. Mir doch scheißegal. Da. Schieß auf den Goliath. Komm. Okay, er ist auf jeden Fall drin. Hey, gehst du der süßen kleinen Drohne. Da geht's rund. Das Fisch macht Feuer. Klarung aktiv. Lass dich nicht dauernd ranfallen. Okay, warte. Warte, warte, warte. Böse Taktik. Aber vielleicht wirkt's. Okay, wir machen auf jeden Fall guten Schaden. Hab die Panzerung weggebrannt. Jetzt muss doch der Rest brennen. Koppel, futsch. Danke. Stein. Riesenstein. Ja, mach du mal den Stein. Garde, pflanzstof. Welche Richtung geht er? Nach links. Okay. Guck der da an. Da hüpft der der Goliath. Okay, ich glaube, ich habe ihn gerade gut abgelenkt. Bin mir nicht sicher. Tarnung ist aktiv. Augenblick. Ich brauche Benzin. Okay. Der gute Jack, Leute. Wie gesagt, ich habe Jack schon echt eh wenig gezockt. Aber der macht echt immer wieder Laune. Vögel, seht ihr? Ah, habt ihr's gesehen? Fell, 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 fell. Ich weiß, dass du lebst. Schieß auf ein Kabel-Zwei-Monster. Oh, ja. Die sind ja. Aber das sagen alle immer dazu. Achtung, Granate! Viel besser. Medik, 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 Medik. Steh auf, Mann! Oh, yeah. Nice. Guckt euch den dicken Schaden an, Leute. Der ist voll in meinen Strahl rein. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Los, do your job. Es so will. Do your job. Wenn er hier hoch will. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Du bleibst hier. Oh. Oh. Boah, wir machen guten Damage. Boah, geil, wir haben es geschafft. Boom. Herrlich. Puh. Ja, haben wir mit Jack nochmal gerult, würde ich sagen. Jack, der Killer. Sunfury, hau rein. Schön, dass du dabei gewesen bist, mein guter. GG, sagt er. War gar nicht mal so schlecht, was wir gemacht haben, glaube ich, ne. So, die Wette muss ich noch schließen, Leute. Äh, Bad End 1. Wir haben wieder gewonnen. Und, äh, Jack hat mich ein bisschen an Tracer. Okay. Äh, 123 Boss-Taler gehen an KZ24. Und der Terry hat 45 Boss-Taler verloren. Das ist natürlich ärgerlich. So, okay. 14, 4, okay. 14 machen wir ihn gepinkt. Sehr wenig Schaden machen wir. Aber ist nicht so wild. So, wir machen Fortfahrt. Und, äh, 10 feelury.